oh herzlich willkommen habe ich noch die karten hier schnell einsortiert ihr lieben ja vielen vielen dank muss ich ja auch mal sagen für die klartext kommentare und es ging nicht darum um fishing for compliments ja also muss muss ich nicht ihr könnt der gleichen meinung sein oder auch eben nicht und ja ein kommentar habe ich jetzt wirklich weg gemacht ich weiß nicht ob du zuguckst aber wenn man sich eh nicht mit spirit befest und dann schreibt ich rede mich um kopf und kragen okay belasse ich jetzt einfach dabei wenn mir hängt es auch schon irgendwo übers dach raus der eine sagt ich rotze einfach raus ohne mir gedanken zu machen der andere findet ich rede mich im kopf oder um kopf und kragen in diesem klartext video finde ich eigentlich nicht ja ich war mal wieder so blöde muss ich mir ehrlich eingestehen mich auf dem boot zu setzen und wenn ich hier sage ich finde die farbe blau scheiße dann ist das meine meinung und dann braucht mir keiner reinschreiben warum finissen nur die farbe blau scheiße ja kannst du so nicht sagen musste schon konkretisieren nehmen muss ich gar nicht so und jetzt sind wir vorbei den anderen text habe ich gelöscht weil ich brauche mir keinen kommentar durchlesen wenn du eh nichts mit dem kanal zu tun hast da kam vor du glaubst nicht an spirit du glaubst nicht an karten und ich merke du kannst auch meine kartenlegung nicht verfolgen weil ich lege ja die karten indem sich der zuschauer selbst wiederfinden soll und ich sage nicht oh du hast mal gesagt du hast chaos hinterlassen ja jeder zuschauer findet sich hier und das sind bei mir analysen mit dem spirit punkt also mit einem spirit punkt nicht punkt für ende sondern mit einem spirit punkt ja und ein bisschen erschreckend es ist meine persönliche meinung und die lasse ich mir hier weiterhin nicht nehmen wo kommen wir denn hin ja deswegen ihr könnt ja auch eure meinung hinterlassen aber ich bin jetzt auf deinen kommentar nicht mehr eingegangen weil ich keinen bock habe dieses schreiben ist für mich eine elendige qual ja oder elendige qual nicht wegen der fingernägel aber auf dem handy ewig da zu tippen und mich damit rumzuschlagen habe ich keinen bock mehr wenn du meinst du hast kein spirit dann ist mir beim lesen deines kommentares einfach nur eingefallen du bist ein mensch der ist unbewusst leider ja und das sage ich ja auch einfach so quer raus weil ich glaube nicht dass du wenn du vor einem löwen gehege oder tiger gehege stehst da dein instinkt nicht benutzt und sagst ja gehen wir jetzt da rein oder lassen was sein ja du benutzt tagtäglich oder solltest tagtäglich deine spirits benutzen ja läufst du über rot oder bleibst du bei grün stehen läufst du dem ersten hinterher der über rot läuft der hat sind ja auch so eine lemming verhalten die man beobachtet der erste läuft bei rot rüber und die anderen marschieren alle hinterher wo man sich denkt so arme welt aber ich will es auch keinem mehr preis geben ja mir ist das auch es ist mir oder ich habe es langsam satt ja ich bin hier nicht dafür da menschen hierzu auf den weg zu bringen ja jeder soll das leben was er möchte wenn er die meinung hat ich rede mich um kopf und kragen dann ist es schön gut dass wir uns nie finden gut dass wir uns nie treffen und wir starten jetzt rein du und dein gegenüber und weil ich auch noch einen kommentar gelesen habe wo ich so ein bisschen verstanden habe was manchmal so ein bisschen durcheinander sein könnte wenn man sehr emotional aufgelöst ist geht es darum dass ich das vielleicht im titel noch ein bisschen konkretisiere indem ich jetzt wirklich meine legung mache wenn ihr mit jemandem zu tun hatte der wirklich in anführungsstrichen grausam war weil so könnt ihr das sofort einschätzen da nehme ich nicht die menschen mit rein die das gefühl haben nee so grausam war mein partner nicht also wir machen heute eine legung wo jemand wirklich mit euch sehr schlecht umgegangen ist damit im titel so eine vorlage schon habt das war das problem oder die weicheren sachen muss ich mal gucken wie ich das im titel umsetze ja weil ich merke viele fühlen sich dann doch so emotional angegriffen wenn ich gewisse sachen sage wie ich kann ja nicht wissen wie eure situation war wie ihr eure beziehung geführt habt und oftmals habt ihr es ja wirklich auch mit monstern anführungsstrichen zu tun ja ansonsten würde man wenn alles normal wäre ja auch nicht sich die hilfe suchen ja dann würde man damit selbst alleine klarkommen und deswegen wundert euch nicht ja ich werde es irgendwie so in den titel versuchen zu schreiben dass ihr damit dann wirklich schon mit dem titel arbeiten könnt wir starten wir gucken jetzt erstmal überhaupt was der teil ist der dich am meisten verletzt ja der jetzt zurückgeblieben ist der teil der jetzt hier zurückgeblieben ist und dann machen wir eine gegenüberstellung gegen gegenüber es ging ja um den ausgleich der wahrscheinlich sehr stark gefehlt hat ja du hast jetzt vielleicht auch die hälfte vom gefühl her verloren die hat man nicht mehr das zurückgegeben was du vielleicht gerne gehabt hättest man hat dir vielleicht auch sehr viel genommen dass du überhaupt nicht in den ausgleich gekommen bist heute ist sächsisch unterwegs ausgleich gekommen ist ja oder bekommen hast also der ausgleich fehlt ihr nach diesem ganzen akt nach dieser ganzen aktion könnten traumata vorliegen traumatische situationen durch dein gegenüber hier ausgelöst worden sein wir haben die spiritualität da haben wir es auch wieder küsse ich auch gleich von hinten es geht hier um die spiritualität die dich letzten endes vielleicht auch wirklich hier raus holt ja und wenn jemand mein spiritualität mit irgendwie ich müsste so sein wie ein anderer eine spiritualität fühlt ja oder empfindet dann ist man da auch wahrscheinlich sehr stark auf dem holzweg quelle habe ich nicht youtube namen habe ich auch nicht ja tut mir leid kam rein aus meinem gehirn raus ich weiß es ist spitziger aber ist mir auch scheißegal ja weil ich merke ich habe keinen bock mich zu verändern zu verstellen das ganze gelaber und diese ganzen kommentare stören mich einfach nur in meiner mitte ja und da habe ich keinen bock drauf dass ich eines tages in dieser legung schon jedes mal denke oh gott darf ich das raus senden darf ich das sagen ja klar darf ich sagen ja weil ich es hier bin ja es gibt genug kanäle da könnt ihr reinschalten aber ich kann jetzt nicht mehr überall rücksicht auf verluste oder oder rücksicht auf jeden einzelnen hier nehmen und anfangen hier irgendwie eine wattesprache zu erlernen ja passt nicht zu mir bin ich nicht spiritualität ist das was dich vielleicht wirklich am ende des tages rausholt rettet weil du deine spiritualität deine instinkte impulse das was du möchtest was dich eigentlich ausmacht ja über den tellerrand hinaus zu gucken hinaus zu denken überhaupt nicht nutzen konntest während dieser verbindung oder beziehung vielleicht wurdest du da so stark gelenkt dass du das gefühl hattest du würdest einen ausgleich kriegen aber die spiritualität generell wird dich hier vielleicht oder hast du auch schon gemerkt in einzelnen phasen hier raus bringen können ja und das ist ja schön wenn es hilft dafür sind ja die analysen da ja und das bedeutet nicht dass jeder unbedingt wie es so gerne schöne sage an der wunschkerze lutscht oder sich eine wunschkerze bestellt spiritualität kann schon in im tieferen maße oder im geringsten maße anfangen je nachdem wie es jeder benutzt braucht und für sich selbst macht ja das steht jedem selbst zu wir haben hier es geht um die sicherheit die hat man dir auch genommen du hast das gefühl seitdem du hier diese beziehung hattest es geht nicht mal um diese trennung generell heute ja diese ganze beziehung basierte auf sicherheitslücken du hast immer das gefühl gehabt du müsstest die lücken vielleicht schließen der andere dein gegenüber hat vielleicht sehr lange immer dafür gesorgt diese zu öffnen ja dass du gefallen bist und dass du vielleicht auch selbst sorge gehabt hast hier eine sicherheit für dich selbst zu erschaffen ja vielleicht war das nie so richtig sicher immer wieder mit höhen und tiefen verbaut aber die spiritualität sozusagen bringt sich jetzt wieder hier im vordergrund raus ja ich merke heute bin ich ein bisschen bei mir muss es dann auch raus ja vielleicht passt auch zur laune wenn ihr wirklich jemand hatte der ein arschloch war kann man ja so sagen das wisst ihr ja nur ich mache heute die legung wirklich nur ich hatte einen arschloch ja denn was beim namen ich hatte heute nicht jemanden der lieb geseidet und sanft zu mir war und eines tages einfach weg war ja die legung gibt es auch das wisst ihr aber es geht heute um ein arschloch verhalten und da machen wir jetzt weiter ja die engelbotschaft also was mit ihr los nimmt sie sich wieder das recht raus so frei zu reden ja solltet ihr auch ja und das ist es darauf kommt es an lasst euch selbst in der verbindung oder beziehung hier nicht den mund verbieten wenn ihr so fühlt wenn ihr so denkt und wenn ihr der meinung seid das ist so und ihr kommt mit der sache besser klar dann kann man gucken lässt sich der andere darauf ein das wäre dann auch deine sicherheit um das gefühl zu kriegen mensch da nimmt dich jemand ernst aber es wäre auch auf der anderen seite der ausgleich indem man dich so lässt wie du bist ja man hat wahrscheinlich wirklich sehr stark probiert dich zu verändern zu formen für den menschen das kann auch gut sein was sagt die engelbotschaft es war leider zu viel vier oder fünf stück eine einzelne wäre schon schön ich weiß ihr fragt voll oft und ich kann mir den namen einfach nicht merken ich weiß nur helene botschaften der engel weiß ich muss es noch mal gucken ja hier war nämlich glaube ich das war ja ein geschenk von einer zuschauerin und das war immer nur so ein ja das war eine kleine papphülle glaube ich das war mein erstes kartendeck was ich geschenkt bekommen habe aber wir haben hier loslassen ja loslassen du musst von erinnerungen oder auch von den sachen die noch übrig geblieben sind von denen du dich lösen möchtest tatsächlich loslassen ja lösen loslassen es geht hier um den prozess des loslassens dass du hier nicht mehr dir vielleicht die schuldfrage gibst oder ständig überlegst warum hat man mir das angetan was hat man mir angetan wofür oder womit habe ich das verdient du hast es weder verdient noch gibt es die frage warum hat man dir weh getan das sind fragen da gibt es keine richtige antwort für ja das sollte einfach nicht sein wir haben hier lebensfluss vertraue dich dem natürlichen strom des lebens an und vielleicht hast du den sogar verloren ja vielleicht konntest du den gar nicht mehr ausleben oder fühlen oder wie auch immer vielleicht hat man dich wirklich hier stark manipuliert das ist alles sehr künstlich rüber kam dass du selbst nicht gemerkt hast dass du dich in dieser verbindung total veränderst und dieser lebensfluss muss wieder hergestellt werden dass du zu dir findest ja und das kannst du wahrscheinlich wirklich nur wenn du loslässt vertraue dich dem natürlichen strom des lebens an setz auf dich selbst ja niemand anders ist berechtigt dir zu sagen wie du eine beziehung zu führen hast es geht letzten endes wenn nun ausgleich spürst um kompromisse die man zwischenmenschlich dann erfüllen sollte ja darf kann muss wahrscheinlich auch in der beziehung sonst macht es ja keinen sinn wenn jeder da egoist so schandelt dann kommt man ja in der verbindung auch nicht vorwärts kann es ja auch nicht sein so lassen wir grün für die hoffnung ich gucke mir jetzt an ich sag euch wir warten auf den tag wo mir die karte im kopf steckt wann gibt es die neue chance es gibt eine neue chance mit natürlichkeit hier ist aus der keltche das könnte eine riesengroße liebe zu dir selbst sein die du erstmal wieder zurückfinden solltest und musst dazu gehören alle prozesse dass du selbst anfängst zu sagen ich bin zufrieden mit mir ich liebe mich selber ja es ist manchmal ein bisschen hart gesagt wer mich so nicht nimmt wie ich bin der hat pech aber es ist wahr du kannst dich ja nicht für jeden menschen der in dein leben reinkommt verstellen ob das freundschaften sind ob das eine familie ist die einen standard anspruch an dich hat ja dass du so sein müsstest wie der rest der familie sobald du ein bisschen anders aus der leitung küpfst bist du sehr schnell so der fokus ist ja ganz klar da gibt es ja was neues ja da ist ja jemand der ist total anders wie kann das sein dieser mensch muss doch so sein wie wie wir ja in der familie zum beispiel es geht aber trotzdem ganz stark darum dass du die liebe nicht aufs abstellgleich stellen solltest ja es wird dir immer eine chance geben die liebe leben zu dürfen die liebe fühlen zu dürfen aber in welche richtung und das entscheidest du mit einem partner oder erst mal mit dir selbst ja dass du dich in der natürlichkeit wieder findest vielleicht auch den prozess ein bisschen verarbeiten muss noch eine weile bis du hier jemanden an dich wieder ran lässt oder sich jemand annähern darf das hat ja auch damit was zu tun dass man oftmals so zu sich findet was möchte man nie wieder was möchte man unbedingt was hat dazu beigetragen dass du sehr lange hier ausgehalten hast warum hast du nicht eher vielleicht losgelassen ja was dir jetzt bevorsteht obwohl diese verbindung schon losgelassen wurde aber im endeffekt hast du das gefühl du hast aber dein go noch nicht gegeben um loszulassen eventuell ja je nachdem manche haben selbst sich getrennt und haben trotzdem noch damit zu tun aber hier ist es wichtig vertraue dich dem natürlichen strom des lebens an und das wäre zum beispiel auch wieder so ein spirit ding ja wer kein spirit besitzt der tut mir leid ja also ich weiß nicht was man unter diesem wort immer falsch versteht es ist intuition impulse eine höhere bewusstseinsaufnahme ein vorausschauendes denken ist bei mir auch schon spirit ja wenn ich ins auto steige dann weiß ich schon ich verlasse mich nicht auf die leute die ihre regeln befolgen sollen sondern ich gehe schon vorausschauend merke ich was könnte jetzt da und da passieren ich bereite mich darauf vor ja und man muss vorausschauend auch in beziehung vielleicht ist das auch noch mal so ein stichwort natürlich gucken wenn du jemand neuen in dein leben rein lässt ja oder wenn jemand versucht dich nicht loszulassen und du immer in der überlegung schwelgst probieren wir das noch mal wie könnte es ablaufen das vorausschauende muss vielleicht auch so ein bisschen beachtet werden bei dir dass du erkennst ab wann würdest du dann abspringen wenn jetzt jemand zurückkommen würde ja oder dich nicht in ruhe lässt oder wie auch immer welche möglichkeiten gibt es dich zu schützen es sind ja auch menschen unterwegs die dann anfangen dir angst einzujagen oder dich bestarken oder dich wirklich nicht in ruhe lassen vorausschauend ja wir haben hier dein weg mit der krebsenergie du wirst deinen weg machen ja es gibt einen weg hier raus und es gibt auch einen weg woanders hin dieser weg zur liebe ja den gibt es den weg daraus definitiv den weg zum loslassen und du wirst deinen weg erkennen und musste auch hier noch mal die frage ganz stark stellen warum konzentrierst du dich oder was hat dazu beigetragen dass sehr viele negative dinge noch so präsent sind in deinem kopf ja vielleicht diese auch noch mal notieren vielleicht ist es so ein gedankensalat bei dir und guck mal welche sachen dich am meisten beschäftigen von dem die du nicht aus deinem kopf kriegst weil du sie nicht verstehst ja und ich kann dir nur sagen ohne beziehungsquatsch hier also dass mir jemand wehtut oder wehgetan hat oder ich unglücklich wäre verstehe ich selbst wie man sieht auch manche menschen nicht ja und das ist normal es ist hier nur eine frage der zeit ich nehme das beispiel rein wie lange geht man darauf ein und ab wann ist schluss ja ab wann gibt man chancen ob es menschen noch mal verstehen oder man merkt nee die frequenz ist einfach eine ganz andere ja halte dich hier nicht so viel auf in diesem was hat man dir angetan was kommt ständig wieder in deinen kopf rein das bitte aufschreiben angucken und vielleicht die frage stellen warum kannst du das nicht einfach ziehen lassen ja wenn dieser mensch so eine negativen sachen schon vorweist dann bist du vielleicht hier auch drin um zu sagen naja was soll sich da in kürzester zeit ändern ja warum hat man dir überhaupt wehgetan man hatte die sicherheit genommen man hat dir den ausgleich nicht gegeben es könnten schwerwiegende punkte sein die mit einer ablehnung zu tun haben wenn ja warum ist das so na klar ist man traurig aber wenn die beziehung ich schon nicht so knusprig lief dann muss man sich auch selbst so ein bisschen zusammenreißen und in die mitte oder aufs herz hören da hat jemand die ganze zeit schon versucht dich kaputt zu spielen ja dich nicht ernst zu nehmen dich nicht aufrichtig zu lieben es ist immer eine frage oftmals wird geliebt aber dieses aufrichtig lieben inwieweit haben die menschen das vom elternhaus mitbekommen ja wie weit durften sich die menschen entfalten oder wurden die immer getrimmt das zu machen was sie werden sollten ja das spielt ja auch noch mal alles mit rein und deswegen sage ich auch du kannst es den menschen auf dieser welt niemals recht machen weil alleine schon die funktion deines vorlebens bevor du ein erwachsener mensch wirst da eine große rolle mit rein spielt ja und ja ich bin auch nicht die mutter oder der vater von irgendwelchen menschen wo ich möchte dass die so denken wie ich ja und genau so ist es bei dir auch wenn du diese legung hier nicht verstehst dann klicke das aus das ist deine verantwortung oder suche wirklich die gründe zu erfahren warum ihr da so speziell ward speziell ist auch ein gutes wort ja speziell unterschiedlich was haben wir noch was haben wir hier noch schönes da haben was was viel zu selten dich zur werke setzt ja du hast viel zu selten klartext gesprochen und das sollte in die eigenverantwortung und auch deine meinung weiterhin vertreten in deinem thron sitzen und da bleiben wenn du diese meinung hast dann bleibe dabei irgendwann ist die diskussion beendet aber du musst dann auch sagen ich möchte das nicht leben wenn es hier keine einigung gibt ja wir sind menschen die müssen hier auseinander gehen weil es keine lösung gibt ja wir dürfen uns mit dem anderen nicht mehr beschäftigen die schlagfertigkeit das raus senden kommt hier wieder groß wahrscheinlich kannst du dich auch zeigen ja das sind auch so angaben du musst mal gucken wann ab wann hat man dich kritisiert hat man dir das offen sagen können oder sind es dann auch immer nur die anonymen menschen ja kann ja auch sein dass dein gegenüber so war wie von wegen man zeigt dir nicht und kannst du nicht ins gesicht sagen sondern manipuliert dich mit anderen sachen indem sie still und heimlich irgendwie irgendwas von sich geben ja aber sich nicht trauen dir gegenüber zu stehen von auge zu auge und dir das mit zu teilen ja das ist ja auch noch mal so eine gruppierung du wächst hier unheimlich daran dass du hier merkst das ist doch dein verständnis das ist dein impuls das ist dein schlagfertiges mit dem du dich auch wehren kannst ja du kannst immer die karte benutzen oder für dich selbst sehen als du kannst dich durchsetzen ja wenn du hier in sicherheits lückchen findest oder den ausgleich ja der irgendwo auch wieder übertrieben wurde der irgendwann nicht mehr gegeben war dann kannst du hier sagen pass auf ändert sich das nicht gehen wir getrennte wege und das ist für dich wichtig ansonsten hat auch dein gegenüber hier ob grausam oder nicht keine chance dich ernst zu nehmen ja das ist es ja immer wieder solange du das stopp nicht setzt und du wirst es bei dem ersten stopp merken überbricht man das erste stopp weißt du schon vom menschen wenn du vor dir hast ja da wird es keine änderung geben wenn dieser mensch dich in dieser situation schon nicht respektiert und ich so sein lässt wie du bist dann weißt du schon von vornherein dieser mensch wird es nach dem zweiten dritten zehnten mal auch nicht machen hier kämpft jemand mit allen mitteln ja hier will man deine meinung nicht hören und da wächst du ganz ganz stark rein so die gründe haben wir oben ausgleich und sicherheit denken wir auch noch mal auf und dann kannst du für dich einschätzen sind die karten die ich als werkzeug benutze sei ja hoch und da ja findest du dich hier drin kommt es dir bekannt vor kannst du dich mit dieser kartenblatt ordnung identifizieren ist das deine energie alle themen die wir hier gerade besprochen haben oder rausgefallen sind und dann entscheidest du bitte ob du dein gegenüber hier auch findest wir sind wie gesagt in der legung ich kann ja oben nicht reinschreiben das arschloch ich meine das wäre wahrscheinlich ein schöner titel aber ich muss es natürlich da macht glaube ich youtube nicht mit ja wenn ich so eine beschimpfung rein sende aber für viele weiß ich ihr hegt wirklich ein groll weil ihr nach hilfe sucht oder auch verständnis oder einfach mal nur jemand sucht der euch sagt ja es gibt grausame menschen auf der welt ja ob die das manipulierend machen oder sichtbar beides ist nicht schöner ja oder oder weniger angenehmer oder weniger schlimmer so rum wir haben hier die mäßigkeit zum ausgleich witzig denke ich gleich noch mal auf also auf den ausgleich die mäßigkeit ja so ist ein doppelte maß übertrieben ja hier wurde ja das doppelte maß von dir übertrieben und du hast es wahrscheinlich wirklich sehr lange geduldet die sicherheit eine karte für die sicherheit also sind wir hier auch wieder in der bestätigung für mich immer drin dass ich so weitermachen kann mit dem wo ich in der richtung was sage dass ich mir dann auch ein bisschen sicherer werde wirklich ein bisschen klarer zu sprechen die sicherheit hatte ich komplett enttäuscht ja man hat dir mit dieser sicherheit die man hier zerstört hat dein ganzes komplettes herz gebrochen enttäuschung wut vielleicht auch manchmal hass gedanken ja wie auch immer dein gefühl ist dein empfinden todestraurig zerstört ja eine pure zerstörung in dem gefühl bin ich dort bei meinem partner überhaupt sicher gibt mir dieser partner sicherheit es ist ja einfach nur noch ausgeufert in einer art enttäuschung hoch 10 ja hier war gar nichts mehr fest ihr lieben so und dann starten wir jetzt rein verliert den verstand bitte nicht durch die karten sondern gewinnt an euren impulsen das ist auch ganz klar dass ich jetzt hier so ein bisschen wenn ich hier reingehe was war das für ein a punkt 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 dann ist es logisch dass ich da nicht sage auch mensch mäuschen ja man ich sehe so viel leid regt euch doch auf mir völlig latte ja aber es ist so mein impuls ich würde als freundin genau mit dir so sprechen weil ich deine freundin wäre die du nicht umsonst ausgewählt hast in dem moment und ich dich als mensch selber schätzen würde und wüsste dass ich dann so reden kann ja und deswegen ich verstelle mich jetzt hier nicht und es könnte ein bisschen grober heute rauskommen ja weil das eben auch die energie ist die ich von den impulsen von den karten des leitens natürlich hier raus nehme ja so was haben wir zu erzählen von deinem gegenüber was sagt man hier ist schon ist schon schweine artiger sex mit dir und sofort ist das so ein gefühl von du schwein wirklich mit wem alles wann mit dir ging es dir nur darum teilweise auch könnte jetzt triggern und ungewollte sachen ja natürlich ungewollte sachen oder du hast dich hier auf sachen eingelassen in der hoffnung dass man oftmals den partner dadurch halten könnte ja und hast du selbst damit wehgetan kann auch sein hier könnte auch ein schwein liegen was in eine ganz andere richtung geht wo ich jetzt nicht so tief darauf eingehen möchte wo ihr das bitte für euch detailliert viele haben ja wirklich grausame ich kann es nicht annähernd verstehen ja deswegen ich brauche gar nicht anfangen mit das tut mir sehr leid nee ich könnte sagen mit fühlend oh gott ja dieses was für ekelhafte kreaturen aber es könnte auch generell mit diesem problem sex zu tun haben ja in jeder verbindung was haben wir noch hier gibt jemand vor man war durch gewisse sachen von dir verletzt und das könnten die ersten manipulationen gewesen sein um sich frei zu sprechen ständig ja warum man gewisse sachen macht und ja ist wieder so ja du bist doch schuld ja du hättest das so nicht machen müssen ja dir konnte man ja einiges nicht sagen und deswegen ist es ja nur passiert und ich bin durch diese situation dort hingekommen statt zu sprechen oder sehr ehrlich zu sprechen ja hier hat jemand für sich selbst wieder entschieden naja ist doch besser den boomer auf dich zu schieben ja und das könnte wirklich alles so in deiner situation hier gewesen sein vom gefühl her hat man dir wahrscheinlich noch gesagt du dass du ein schlechtes gewissen im nachhinein hast ja und das kannst du dann auch nicht sein dass man dir vielleicht auch vorgehalten hat über was du sprechen wolltest was du gesagt hast dass du fast hier halluziniert hast halli 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 halluziniert hast so die typischen sprüche klöpfe klöpfe ja klöpfe heute ist hier in sachsen versteckt ich sag's euch ja doch schön i was und ihr denkt euch so ja ist klar vielleicht ist es wirklich nur eine abstrafung gewesen ja wir haben hier eine abstrafung für mich absolut hier hat jemand abgestraft mit den worten ja hier ist jemand reingekommen oder gegangen und hat dich abgestraft mit einem klaren ansatz mit klaren sätzen wo du gedacht hast hier fliegen die haare von der birne oder hättest du keine perücke oder wie auch immer ja oder würdest du eine perücke haben würde die wahrscheinlich wirklich gegen den wind fliegen bei so ein aussagen hier hat jemand wirklich aussagen getätigt die dir den mund offen stehen lassen haben ja wo du gedacht hast es kann es doch nicht sein ja kann doch nicht wahr sein wie feige war man denn oder wie auch immer du hattest glaube ich auch kein recht dich zu wehren ja vielleicht auch vor schock vielleicht hast du dann auch mal raus geknallt und man hat nicht mal verstanden warum du jetzt wütend bist und hat gesagt naja guck dich doch an ja es gibt ja wirklich so menschen die fangen an zu manipulieren und während du eigentlich das recht auf deiner seite hast dich frei zu sprechen kommt man dann an und sagt so hier guck doch mal wie du dich benimmst ja so ein ekelndes manipulationsspiel habe ich noch nicht in der beziehung erlebt nur so zur info ja weil viele ja immer glauben ich erarbeite mir hier meine eigenen beziehung nee nee aber ich kenne natürlich menschen die es in dem maße dann auch schon probiert haben ja so in diesem falle also es muss schon berechtigt sein dass sich jeder freisprechen kann und wie gesagt wir haben alle verschiedene wahrnehmungen dagegen gibt es nichts aber es gibt hier heute die legung dein gegenüber ist ein schwein ja und dabei bleiben wir da gehören jetzt wirklich nicht menschen rein die sagen nee wie kannst du sowas sagen mir an da war doch gar nicht es geht heute wirklich um eine dreck punkt 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 ja so gehen wir weiter gucken naja klar hier ist ja mein gott bin ich froh ja aber sind ja nur karten ja humbug schwarze magie sind ja nur karten ich weiß doch schon vorher was ich im kopf habe und was fällt glück für mich ja weil mir erleichtert ist es den einstieg euch zu sagen dass es genau dieser typ mensch ist für den ich hier heute lege und der brachial hier genau eine schuldumkehr hätte oder hat wahrscheinlich wirklich gut betrieben ja dieser herrscher in der wiederenergie ich bin ein egoist und denke hier gerade nur an mich ich lasse meine maske nicht fallen ich bleibe dabei ich lasse auch nichts rein gucken ich gebe auch nichts ab hier hast du dein gegenüber wahrscheinlich in anführungsstrichen mit irgendwas noch verletzt wo dein gegenüber wirklich i was hurt by you hatten wir ja auch stimmt wo du dir gedacht hast und wie oft hast du mich verletzt ja wie oft hast du mich verletzt und hier liegt jemand der ist genau das was ihr an der backe hattet wenn ihr einschaltet ja und ihr vielleicht auch genau in diesem punkt sagt es geht gar nicht darum dass ich diesen menschen zurückhaben möchte da habt ihr eh keinen einfluss es kommt so wie es kommt ja und dann fängt die prüfung an für euch beide oder für dich aber hier liegt jemand einfach der nicht imstande ist einzugestehen dass man auch die schwachen seiten für sich selbst erkennt ja man ist hier aus einer art schutz oder hochmut gegangen das ist ja auch schon für die legung so guckt man die karte ja ich habe genug beistand dabei ist die karte jetzt nicht mal böse gemeint aber sie könnte im schatten so für die heutige legung auch gelesen werden ja ich habe doch genug die mir den rücken stärken ich bin nicht allein ja das ist so dieses solange wie dein gegenüber hier nicht allein ist fühlt man sich wahrscheinlich stark das ist es und alleine würde man wahrscheinlich nicht mal den arsch in der hose haben seine fehler zu gestehen ja ja auch hier absolut illusion ist ein absoluter blender der selber nicht weiß was er macht der selber die klarheit nicht vor den augen hat ja was willst du bei so menschen den du jetzt hier hat ist eigentlich auch erwarten wie willst du jemandem erklären wenn er selbst sich seine sachen die gelogen waren als ehrlich einredet ja oder oder auch plant es ist hier ein blender wirklich ein blender 7 der kälte mit dem herrscher hier konnte man sehr gut und sehr oft blenden das könnte man fast das talent eines gegenübers hier nennen ja so böse wie es klingt und aufgewacht bist du vielleicht auch erst viel viel später aber hier liegt ein blender der wahrscheinlich auch mit seiner stärke eben diesen charmeur vorspielen konnte eben weil man so drauf war und hatte vielleicht wirklich auch immer das nachweisen können damit man sich erst mal irgendwo rein frisst und ich hat fest ja aber hinten raus ist ja alles geblendet und dann gegenüber hat hier ich weiß nicht ob du hier mit kommst kein charme versprüht ja du warst hier wirklich irgendwie gefangen deswegen geht es auch um dieses loslösen dieser mensch hat für dich jetzt gerade momentan nicht mal mehr diesen dieses gefühl dass du diesen menschen wie sagt man denn der widert dich vielleicht auch einfach nur an ja starbenergie ist ja diese passion leidenschaft aufleben lassen das hat dieser mensch gerade momentan in der energie nicht oder noch nie besessen ja du musst mal gucken ob du dich da auch wirklich sehr stark blenden lassen hast dass es hier nur die äußere hülle mal wieder war oder auch das zusammenspiel von stärke des herrschers in der energie dass da jemand wirklich dominieren konnte und du das warum auch braucht es ja warum bist du auf diesen menschen reingefallen weil und gerade wenn du eine frau bist ist es ja logisch man möchte ja immer so ein beschützer instinkt ja hier ist auch wieder so dieses daddy syndrom wenn man kein vater hatte und das könnte auch gleichzeitig bedeuten bei euch woher solltest du wissen welcher mann ist denn gut für meine kleine prinzessin ja so wird man ja eigentlich erzogen von einem vater mutter modell mutter bereitet vor vater bereitet vor und das hast du wahrscheinlich ja auch nicht gehabt und das in deinem gegenüber gefunden ja kann übrigens auch eine frau sein die sehr stark die männlichen energien verkörpert die dir trotzdem gefehlt haben ja das ist völlig wurscht aber die leidenschaft ist hier komplett bei deinem gegenüber nicht echt ja das ist irgendwie und was mir komischerweise gerade einfällt vertraue dich dem natürlichen strom des lebens an ist so eine ansage für dich hier noch mal reingeknallt es war zu künstlich hatte ich vorhin schon gesagt du konntest seine spiritualität überhaupt nicht freien lauf lassen weiter zu denken weil sich dieser mensch hier immer wieder gebremst hat hier sieht man es könnte wirklich eine künstliche passion hier hergestellt worden sein von deinem gegenüber dass du dich selbst hier verfangen hast in diese künstliche aura in diese künstliche energie ja das sind ja diese unbewussten menschen die einfach was verkörpern aber es nicht sind ja da spürst du einfach nichts die sind von von tag eins bis tag zehn in ihrer energie einfach das gleiche und sehen auch nicht irgendwie links und rechts ja das ist eine künstlich aufgebaute energie die du wahrscheinlich auch jetzt nicht mehr also du würdest dich ekeln davor ja sagen wir es mal so das wäre so eine energie wo du dir sagst außer verletzung spürst du hier nicht mal mehr diesen menschen dem du mal dein herz geschenkt hast ja so irgendwie es ist einfach künstlich dieser mensch ist künstlich und das passt natürlich auch hier bei diesem sieben der keltche ganz gut ja gehen wir mal ins herz hat man hat man herz ja ihr lieben ja ich muss die karten so ein bisschen auseinander kriegen man hat definitiv ein herz zum funktionieren des körpers natürlich hier müssen hier sind auch gründe ja es hat immer gründe wenn jemand so sich nicht zeigt ja sich nicht zeigt das wahre weglässt das muss hat kinder gründe ja innere kind themen wie wer sollt schaffen diese menschen zu sagen du du würdest eigentlich besser vorwärts kommen wenn du mal menschen nicht allen was vormachst ja oder irgendwie auch akzeptier ist dass menschen so sind und wir sind dazu da um uns auszugleichen ja stattdessen hat hier jemand im übermaß genommen weil wir haben auf ausgleich exakt ja auch die mäßigkeit gehabt in der schütze energie und hier sieht man schon von vornherein es ist jemand der hat hier das maß absolut übertrieben ja und du hast es mit dem machen lassen ja hier sucht jemand wirklich wer macht denn für mich ja also ich kann euch sagen ihr habt hier wirklich jemanden der wünscht sich eine person die wirklich aktiv macht die wahrscheinlich für diesen menschen aktiv umsetzt ja realisiert dein gegenüber ist hier wahrscheinlich in illusion ja hat hier so seine bubble hat sich vielleicht auch gewisse sachen aufgebaut aber mehr geht auch nicht ja das andere der rest müssen die menschen machen so tickt das herz sehr viel verlangt wird hier von menschen ja vielleicht hast du auch hier wirklich zu viel organisationen auf dich nehmen müssen ja alleine schon wenn es darum ging welche richtung geht ihr zusammen ja oder was wird wann mal gemacht ich kann mir nicht vorstellen dass hier jemand liegt der mal gesagt hat du heute führe ich dich mal zum essen aus ja vielleicht am anfang aber es steckt hier so ein mensch drin der diesen menschen diesen herrscher vor allen dingen selbst noch leiten muss und daran klammert sich dein gegenüber er sucht sich hier sozusagen schon fast ich sag's mal wortwörtlich ein sklavenvolk ja und wir haben es hier mit dem herrscher wir haben es hier wirklich mit dem herrscher zu tun und es passt ja man sucht sich immer wieder wirklich die knalltüten aus auch für das leben jetzt wenn ihr wisst dass jemand dort ist ja sucht man sich hier menschen aus die für diesen menschen machen weil der ausgleich fehlt ja jetzt ja wie wie soll man denn allein auf die reihe im herzen den ausgleich finden wenn man sich so immer fühlt ja was ich hier demjenigen nicht abnehme oder in dieser situation nicht abnehmen könnte man wird schmerzen gespürt haben ja aber das war so ein grund um zu verschwinden oder abzuhauen ach mensch wir haben könig der münzen wir haben königin der münzen entschuldigung und königin der kälte na was wird denn hier präsentiert ja man sucht also du musst wirklich eine sehr starke person gewesen sein man sucht ihr nur das höchste vom höchsten machen und man möchte geliebt werden ja das heißt hier hat jemand wirklich probleme und wurde wahrscheinlich oh hier ist eine karte umgeblättert wurde wahrscheinlich in der vergangenheit nicht geliebt ja das kennt man alles nicht liebe und für jemanden machen und hat sich hier komplett verrannt ja das gefühl fühlt sich ja gut an wenn jemand hinterher rennt oder das gefühl fühlt sich ja schön an wenn jemand da ist aber zu viel des guten mit dem ausgleich und die mäßigkeit hier nicht annehmen war wahrscheinlich aus dem prozess zu erkennen ja der in der vergangenheit bei deinem gegenüber hier liegt sehr viel vergangenes spielt hier ein die vergangenheit die kindheit die mutter kind themen vielleicht alte beziehungen mit kindern wie auch immer ja aber man ist hier wirklich jemand der es gut versucht zu verstecken wir haben hier zehn es ist eine karte zwei wir haben zehn der schwerter und wir haben auch hier die gerechtigkeit und genau da ist es auch vom herzen ja weiß man irgendwie gar nicht gerechtigkeitssinn ja dieser mensch hat keinen gerechtigkeitssinn nur für sich und da haben wir eigentlich das große problem aus der vergangenheit entweder wurde man hier erzogen dass man ein einzelkämpfer sein muss oder nur dadurch besteht oder hat sich versucht die liebe auf diesen ganzen wegen in diesen jahren selbst zu erfüllen ja ich sag mal die liebe zu erfüllen mit absicht weil man nicht versteht wie man selbst liebe gibt und auch hier haben wir die dritte karte mit dieser gerechtigkeit mit der vage das maß ist übertrieben voll man kennt das maß nicht ja man ist hier ein herrscher oder ein beherrscher von der kunst des übertreibens und voll laufen lassen ja man hat hier überhaupt nicht so das gefühl probleme sind ja in ordnung ja aber hier stoppt einfach niemand das ist so ein mensch der sammelt bis wirklich dieser sack hier überläuft oh gott hoch ich musste deswegen lachen ja bis dieser sack überläuft wenn es passend ist vielleicht fühlt man manche menschen fühlen tatsächlich mit einem vollen punkt 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 wirklich nur liebe durch körperlichkeiten ja und die meisten wissen das funktioniert nicht das ist eine aktion das hat was mit hormon zu tun natürlich wäre es schön wenn es in verbundenheit passiert aber das ist hier so ein typ mensch der hat es wirklich nicht verstanden hier ist jemand der gestorben ist bei deinem gegenüber den oder vielleicht nicht ödisch gegangen ist aber diesen menschen hat man verloren ja es könnte eine sehr wichtige person sein über die man nicht hinweg kommt und oder es könnte hier bei diesem menschen für den du einschaltest eine sache vorliegen wo man immer das ende provoziert ja wo man sich irgendwie ich sag's immer ganz komisch wo man schon weiß dass das endet ja man hat so eine einstellung ich weiß nicht warum wir haben hier die skorpionenergie das ist auch sehr selbstverletzend auf der anderen seite auch sehr ehrgeizig ja man will ans ziel kommen man will sich das holen was man möchte aber jetzt so positiv oder negativ gesehen müsst ihr das für den menschen jetzt hier wissen ja ob man in gewissen bereichen wirklich sehr gut war mit dem was man gemacht hat aber dieser mensch glaubt nicht mal an das lange ja ich kann es gar nicht beschreiben für diesen menschen gibt es immer ein ende weil man das irgendwie anders nicht kennt und man kann hier knöpfe bewegen im kopf die das veranlassen einfach den neuen weg anzunehmen ja ohne wenn und aber und trotzdem merkt man es hat wehgetan oder du hast mich verletzt ja weil man das hier nicht einordnen kann man kann das nicht einordnen so nach dem motto naja war ja klar ja irgendwie hält hier gar nichts lange oder ich muss ausbrechen ich muss raus ja hier musste was beendet werden oder wurde auch was beendet für dein gegenüber was so ich will gerade sagen warum ist denn die karte anders groß ist jetzt los die sind immer noch mit heilung voll gesprüht aber soll so sein die ist glaube ich noch fest weil beinah als ich gesagt habe hier die knöpfe drücken ich bin schon geschädigt von den kommentaren wirklich ich bin wirklich so geschädigt von den kommentaren mein hören wollte und sagt jetzt auch raus was für knöpfe was für knöpfe drückt er kannst du nicht so was sagen muss ich schon detaillierter sagen knöpfe die knöpfe im kopf merkt er ja wie banane mich das schon macht ich stoppe mich schon selbst und ab diesem punkt weiß ich nie reilt mich hier nicht mehr voll mit irgendwelchen sachen wie ich meinen kanal zu führen habe das nervt mich richtig ja weil es gerade ich war so im flow und merke dann so dieses lass diese sprüche ja lass einfach nee es hindert mich das kommt bestimmt noch zu dem tag wo ich sage hier ich muss eine pause machen bevor ich hier ausbreche ja wir haben hier aber auch das dunkle geheimnis schleppt man hier mit ja wir haben hier die fische energie und das ist schon quälend alles was man sich hier wünscht und erhofft ist auch trotzdem diese harmonie ja und danach sucht man man versteht es vielleicht nicht was harmonie bedeutet vielleicht hattet ihr wirklich harmonie harmonische zeiten dann gegenüber ist in der einsamkeit und kann das wahrscheinlich noch nicht ganz zuordnen einsamkeit und empathie empathisch sein man versteht hier den sprung nicht zwischen ach so ich muss empathisch sein ja erklär mal jemand der nicht empathisch ist wie man empathisch sein kann oder soll das ist ein gefühl ja was hier hochkommen muss hier muss irgendwas platzen hier muss irgendwas explodieren dass dieser mensch das versteht von sich aus ja hier hat man wirklich mit erinnerungen zu kämpfen es könnte auch alles aus der vergangenheit sein in dieser fische energie mit dem akkanum der mond es könnten hier sehnsüchte sein die erinnerungen wo habe ich mich mal harmonisch gefühlt danach sucht man ja und das will man auch haben aber hier ist man ein verursacher des beendens ja man schafft es immer wieder hier alles irgendwie auseinander zu ruppen so jetzt haben wir genug geheilt hier hier könnte die empathie reinkommen ja ritter der keltche ihr könnte die leidenschaft zurückkommen königin der stäbe ritter der keltche königin der stäbe dein gegenüber hat noch das gefühl dass menschen ihm nachlaufen ja um die energie zu übermitteln zu übertragen ich weiß nicht ob man hier wach wird ja ist schwer man kann wahrscheinlich wirklich sehr liebevoll sein weiß man auch aber man kann es nicht lange durchhalten ja diesen catch zu tragen hier steht man in der tendenz oder all das was noch kommt oder was passieren wird oder was dann gegenüber hier gerade durchlebt kann ich das stolze verpacken oder kann ich stolz darauf sein dass ich liebe verteile oder empfinde ich nur stolz wenn mir menschen hinterher rennen ja so ein ding ist das ja und da haben wir auch gleich gott sei dank drei der keltche das ist die frage viele menschen überbringen dein gegenüber den keltch nur deswegen wächst der stolz in wirklichkeit wäre schön ich merke dass ich das mal machen muss aber dadurch dass die karte hier kam ist man auch wirklich darauf bedacht was denken die leute von mir ja was denken die leute von mir ja natürlich ich bin der heiler ich bin der herrscher so nach dem motto ja ich brauche viele kontakte ich habe viele kontakte wahrscheinlich das ganze telefonbuch im handy voll ja und steht dann mal nicht dazu so wie es oft schreibt in den kommentaren zeig mal dein handy oder zeig mal mit wem du schreibst nö oder wie auch immer ja die menschen werden sich sowieso auf dem arsch setzen weil die kommen ja mit so billig kontakten das sage ich jetzt mit absicht und bewusst kommen die ja nicht vorwärts ja das ist der der legungs faden hier gewesen man kommt ja so nicht vorwärts man sucht harmonie stopp hier kommt was rein page der münzen kriegt man es alleine hin mal gucken dieser mensch wird seines lebens wenn er so weitermacht nicht mehr glücklich zumindest für menschen wie dich ich sagte vorsichtig ja dieser mensch an sich könnte glücklich sein nach außen hin aber ich kann ja hier kein menschen vorschreiben dass er unglücklich ist ja man hat es probiert eine andere richtung anzunehmen aber man hält es nicht durch ja hier steckt ein kindskopf noch bei deinem gegenüber drin hier ist irgendwas in der kindheit vorgefallen was man nicht wegbekommt ja irgendeine unart vielleicht hat man auch obwohl man nicht so eine gute vorzeigbare erziehung genossen hat ja hier könnte sein dass man trotzdem immer wieder mit den mitteln irgendwie ruhig gestellt wurde materiell oder finanziell ja dass man auch verwöhnt wurde in eine falsche materielle materielle richtung und man hat es hier langsam probiert sich vielleicht ein bisschen anders zu entwickeln oder wird es probieren aber hier kommt zu der innere monk durch ja dieses ritter der schwert da nee das bringt ja gar nichts so nimmt mich ja keiner mehr ernst so nach dem motto so könnte ich mir vorstellen hier hier nimmt mich ja keiner ernst ja gerade es wäre schön wenn dein gegenüber hier für sich selbst versteht dass man scheiße gebaut hat ja okay versteht man auch wir haben sechs der schwerter ja hier kommt die liebe hinten raus das grundsätzliche problem okay also man wird wütend weil es über botschaften hinaus hier auch nichts festeres wird ja oder es sind so nicht die großen energien die man mit dir vielleicht hatte hier ist man sich bewusst ich habe sachen an mir oder in mir die wiederholen sich in meinem leben das heißt die hängen mir an der backe ja die machen sich bemerkbar hier könnte es sein dass man weiterhin fröhlich immer ein bisschen kontakte sucht aber man wird merken das kann es ja nicht sein ja ich komme so nicht vorwärts bei drei der stäbe stehe ich immer noch da ich habe hier diese vorausschau einfach nicht für die gewissen dinge was ist liebe woran erkenne ich liebe was mit dir die liebe hier fehlt einem die vorausschau und wenn man gut ist wird man dieses engelchen hier bekommen und selbst die änderung spüren ja oder alles was zwischen euch war wird man vielleicht auch so langsam realisieren und hat es vielleicht auch vergessen oder hat es vielleicht auch wollte darüber nicht mehr nachdenken aber hier drückt mit der zwillings energie die liebe durch auf jeden fall ist das ein punkt das wort liebe generell ja was ist liebe das wort liebe generell eine verbindungskarte für euch könig der kälte hast du gehofft dass dein gegenüber mal so wird ja dein gegenüber wird hier reinkommen ich muss mehr geben um die liebe und harmonie zu tragen hier wird man vielleicht auch eines tages ganz alleine sein ja hier wird man irgendwann eines tages ganz alleine sein und dann diese angaben finden wir ziehen engelbotschaftskarte für dich zum abschluss und dann bin ich hier weg ich schmelze 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 weg hier die engelbotschaft palim 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 ist ja schön dass dieses palim palim zurzeit wieder reinkommt die beraten sich ich sag's euch die engelchen beraten sich für dich hier gerade was solltest du hier machen loslassen hatten wir am anfang aber was kommt jetzt hier hinten raus oh wow 130 minuten 60 minuten davon nur kartenengel oder engelkarten gemischt im problem steckt die hilfe du erkennst durch deine probleme welche ratschläge oder welche hilfe hilfe du auch brauche hilfe welche hilfe du brauchst ja du wirst hier an den punkt kommen oder bist auch schon dass du genau siehst und erkennst was waren deine probleme ja generell nicht nur deine sondern auch was war das problem dass du dir genauso ein typ mensch rangezogen hast ran ziehen musstest lernst du aus einer abhängigkeit irgendwie finanziell oder liebesmäßig ja dann ist das im problem steckt die hilfe was muss man in zukunft anders machen und wo muss man wirklich aufpassen gerade in der heutigen zeit ich finde das ja immer so lustig achtung achtung jetzt kommt was was viel nicht schmecken wird und darf ja also ich bitte sie ich rede im namen von miranda die mutter soll doch zu hause bleiben und sich um die kinder kümmern und der mann geht arbeiten und verdient genau ist in der heutigen zeit auch total realistisch umsetzbar ja mal ganz abgesehen davon bin ich dafür dass man wirklich einer mutter hatten vollen verdienst ausspricht ja weil das ist eine full time arbeit und so dreckige asoziale sätze wie da musst du keine kinder in die welt setzen muss man sich selbst mal fragen ja man ist ja auch da so da kann man eine meinung haben wie man möchte aber es ist ein full time job ob man ein kind hat oder sich entscheidet für acht kinder die welt möchte ja trotzdem kinder haben und es ist ja auch jedem selbst seine entscheidung ob man kinder in die welt setzt gerade für die die sehr hoch im glauben sind es ist ja ein gottes geschenk dass man überhaupt kinder bekommt ja so ich wünsche mir immer dass die kinder wirklich sehr schön oder oder wirklich mit sehr viel liebe aufwachsen wäre natürlich das tollste was man sich wünscht aber um auch wieder darauf hinzukommen ich sag mal am besten gar keine quellen heute war heike folgt mal auch nicht gemacht der mann geht arbeiten und die frau sollte sich um die kinder kümmern wow ich frage mich wo sind die also in welcher welt leben die denn mir ist es auch schleierhaft dass unabhängig davon dass dieses modell schön wäre in der vorstellung dass auch die männer oftmals weniger geld bekommen um eine ganze familie zu ernähren und da bleibt es vielen frauen überhaupt da gibt es gar keine andere möglichkeit außer sich einen minijob neben der erziehung noch zu holen oder sich gegenüber problem zu stellen weil überqualifiziert oder sie dürfen das nicht oder nee das passt mit der zeit nicht ihr kind wird krank ja da haben wir wieder so ein denken also es ist wichtig wenn es möglich ist mach dich finanziell und ich weiß das ist hart und deswegen finde ich es auch immer wieder so amüsant wenn leute einfach sagen die frau hat sich um das kind zu kümmern und der mann geht arbeiten wisst ihr was ich da sehe eine pure abhängigkeit schon von anfang an ja solange wie das modell nicht gegeben ist und leider ja denke ich so weil ich es oft genug sehe und weil ich es in der gesellschaft auch höre täglich selbst wenn beide arbeiten gehen reicht das essen nicht für gewisse oder oder das essen nicht man wird jetzt nicht verhungern aber man kann sich selbst als mutter vater nicht alles leisten ja wenn beide elternteile arbeiten gehen deswegen ist es wichtig oder wäre es schön wenn eine mutter für ihre erfüllung um überhaupt richtig für die kinder da sein zu können bezahlt wird ja ich meine einige sind froh dass es kita gibt ja da werden die gleich mit drei monaten reingeschmissen in so eine kita damit die arbeiten können weil sie workaholic sind oder weil sie arbeiten müssen damit sie überleben und ja das ist dieser abhängigkeitskreis guckt oder probiert es ist jeder es ist nicht planbar das ist ja das schlimme ja aber das ist auch so wo ich mir sage viele stellen sich das so einfach vor ja auch wenn ich hier sage mach dich nicht abhängig es ist aber einfach nur ich weiß dass es nicht leicht ist aber darauf zu achten dass du dich im nächsten ja fall nicht abhängig machst und schade dass man so denken muss weil man ja wirklich das gefühl hat mann frau kind ja ist das modell oder überhaupt eine familie bleibt dann zusammen aber es ist keine garantie vorhanden ja und was machen dann die frauen die sind dann finanziell abhängig und können nicht einfach weg und haben dann so ein arschloch an der seite zum beispiel ja was soll die frau in dem moment machen ich meine ja schön und gut deutschland hilft wissen wir alle aber es ich höre teilweise auch manchmal so sachen ja ja da kannst du das machen und da anrufen nee nee ja es gibt zwar die möglichkeiten aber wenn du da bebirnte bearbeiter dran hast oder pädagogen oder die einfach mit ihrem pensum kann ja auch noch sein nicht vorwärts kommen und da so viel alleine machen müssen von bürokratie und praxis naja denen dreht sich auch der kopf ja die organisation ist einfach nicht gegeben um einfach mal aus so einer horrorbeziehung rauszukommen gerade wenn man sich dann eben für das modell entschieden hat mama passt auf und vater geht arbeiten ja also wenn es möglich ist und die meisten sind ja in so einem alter dann wirklich eine basis erschaffen klappt es auch so und dann kann man ja immer noch sein leben bestreiten ja würde ich für mich am besten oder hat sich herausgestellt am sinnvollsten finden ja dass man erstmal guckt bevor man zusammen klatscht aber das ist eigentlich das modell was jeder leben möchte ja dieses wir denken nicht drüber nach was könnte passieren wir sind jetzt ein paar wir werden eine familie ist ja das schönste was es gibt ja aber wir wissen ja die realität zeigt der andere ausmaße durch veränderung entwicklung des partners da hast du ja gar kein einfluss drauf ja da sitzt ja dann wirklich in der sackgasse leider so ihr lieben macht's gut habt eine schöne wunderschöne nacht falls er das nachts geguckt hat ansonsten einen wunderschönen freitag wunderschöne wochenende eine wunderschöne wochenende tschüss bleibt gesund